I wanna make you sway, 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 I just wanna make you sway So, moin Leute, diese Folge hier, endlich wieder mit Musik. Ich hoffe, ihr habt wieder Spaß auf die Musik. Ich hoffe, euch bringt es genauso viel Spaß mit Musik wie mir. Natürlich, ähm, es ist jetzt hier für mich zwei Minuten später für euch. Das sind billige fünf Stunden später. Aber, ähm, dementsprechend muss ich hier später hochladen, später rendern. Und dementsprechend sollte ich mal was futtern. Ähm, und dementsprechend kann ich natürlich mir von dem Krugos den Stick holen, um die Datei, um mir die, äh, um mir die Musikdatei wieder von ihm zu holen. Ähm, und spätestens in dem sollte ich es haben, weil die Folge, die heute vor, heute, heute Nachmittag rausgekommen ist um 15 Uhr. Ähm, die hab ich direkt gerendert und die Folge werde ich erst später rendern, also morgen, übermorgen. Ähm, also, wir haben ja heute, die, äh, die, äh, dien, dienstag, ja, dienstag, ja, dienstag, dem 1.1. Und dem 1.2. Und dem 1.2. Und das werde ich gleich rendern und das andere habe ich jetzt Mittwoch, Donnerstag gerendert. Und, deswegen wird die mit Musiker sein, die andere nicht. Ich werde mir eine Werkbank mitnehmen, ich werde eine Kiste brauchen, ich werde eine Tür brauchen, ich werde ein, ein Schild brauchen, ich brauche noch ein Schild. Ähm, ich brauche Treppen. Ich werde kein, das brauchen, ich werde kein, das brauchen, ich werde kein, das brauchen. Ich werde, den nehme ich für euch nochmal mit, den brauche ich nicht. Das nehme ich mal alles mit, den nehme ich jetzt hier mal. Ach ne, hier haben wir ja noch was. Ach, was. Okay, gut, brauche ich nicht. Ähm, Kugost hat mir nicht gesagt, wie er sein Haus gerne haben würde. Heißt, ich mache es jetzt einfach mal Freischnauze und überlege mir da mal was Nettes. Rolle haben wir drei Stück noch. Die lasse ich mal hier, die Leiter. Ähm. Lasse ich auch mal hier. Und dann... Gucken wir noch eben schnell, wo die Sonne steht. Alter, dieses... Vielleicht kommt das auch, weil der MC-Patcher nicht genutzt wurde, dieses Oval. Ich hoffe ja, ihr habt mir einen Link reingestellt. Ich weiß es ja nicht. Ähm, sonst muss ich ihn selber suchen. Gott, das wäre ja doof. Nein, Spaß. Ähm, mach ich natürlich mit Liebe und... Lust hier. Ja gut, dann gehen wir noch gleich einmal pennen und dann... Geht das. Und hier hatte ich jetzt noch was vor. Ähm. So. Hier hatte ich noch mal was vor. Und zwar folgendes. Ich nehme mir eine Axt, nehme das weg. Und mache hier einen... Ja, vielleicht geht da noch ein Halbstepp drauf. Ich habe doch jetzt noch ein Halbstepp. So. Dann haben wir hier einen schönen Kamin. So, gut. Passt. Und jetzt geht das hier wieder runter. Hopp. Aua. Hopp, Aua. Pennen gehen, Pennen gehen. Bevor Viecher spawnen. So. Du kannst nur nachts schlafen. Ich weiß. Ich weiß. So. Ähm. Entschuldigung. So, dann rennen wir doch mal los in die Schneewelt, die ja irgendwie da war. Wupp. Wupp. Dann rennen wir ab. So. Wir rennen mit dem Schwert in der Hand los. Und irgendwie ist das an der Seite auch nicht ganz normal mit dem Schwert. Hm. Oh. So. Ich werde übrigens für die Folgen ja jedes Mal ein anderes Thumbnail haben. Es mag sein, dass es nicht immer ganz auf die Folge passt. Weil ich nach dem Aufnehmen nochmal, ähm, hier reingehen muss in die, in die Minecraft Welt offscreen ein Bild mache. Oder es ist ja gesagt, dieses Mal zwei Bilder. Dieses Mal werde ich hier ein Bild von der Schneewelt nehmen, wie wir da drinnen rennen. Und das andere Mal werde ich ein Bild nehmen. Keine Ahnung, wie ich ein Baum fälle oder so. Das kommt daher, dass ich, ähm, am besten eine Größe brauche von 1280x720. Und diese Größe muss ich bei Minecraft auch genau einstellen, dass es genau 1280x720 ist, damit das Bild 1280x720 aufgenommen wird. Damit es am besten für, ähm, die, äh, damit ich am besten ein Thumbnail erstellen kann. Und ein schwarzes Schaf, aber ich schere das jetzt mal. Ich schlage jetzt nicht, ich kann das ja nachher scheren. So, jetzt ist die Frage, wo ist denn hier mal ein guter Platz? Das muss ich mir jetzt ausgucken. Nachschätze. Äh, juppa, Mann, der soll springen, verdammter Kack. Und, heppa, so, besser. So. Und, so. Ah, ist uns auch. Oh, nein. Achso, ist noch dieselbe Baum, wenn wir hin. Hopp. Und, hepp. Na, hopp. So. Neben mir, hopp. Hopp. Und hopp. Und hopp. Und hopp. Ich glaube, er mag es am Wasser. Mal gucken, was da so frei ist. Ich mag es, wenn man über Bäume springt. So, und jetzt nehme ich hier doch nochmal gerade die Fackeln zum Schlagen. Äh. Hopp. Pss. Scheiße. Na gut. Okay, jetzt sind wir doch wieder auf dem Tatsach in der Bohnen gelandet. Und, dann geht's hier los. Was ist das hier? Nein. Jo, geil. Oh Gott, da habe ich mich gerade erschrocken, als das Schwein geschnorcht hat. Ähm. Okay, gut. Das ist ganz nett. Das kann man sich dann ja mal gönnen, da unten vielleicht. Irrückend waren später da einmal. Ähm. Ja. Gut, Go-Goost. Ich habe dein Ticket nach so. Gut, nehmen wir doch das kleine Insel hier. Also, sein Häuschen kommt hier hin. Huch, was ist das denn? Was ist das denn? Das habe ich ja noch nie gesehen. Okay. Hier so weit auch. Was ist das denn? Lustig. Okay, das ist lustig. Ähm. Ne, dann lasse ich das ja. Das ist ja eine ziemlich... Okay, gut. Gehen wir doch... Ah, ist doch eine schöne... Spring muss ein bisschen schneller, bemerke ich gerade. Die ist schön. Die nehme ich so mit Wasser und mit Sand und mit Gras und mit Schnee. Das ist perfekt. Gut. So. Dann fällen wir jetzt das gerade mal. Hopp. Äh. Gut. Ich hoffe jetzt, dass das nicht so schnell dunkel wird hier. Sonst bin ich ein bisschen georrscht. Äh, Scheiße. So, hopp. 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 Okay, gut. So. Und hier den Baum einmal fällen. Ich glaube, die gehen nochmal in zwei rein, ne? Ja. So. Und so. Machen wir erstmal zu mit... Ja, vielleicht nicht gerade mit Glas. Voll unnötig. Mit Erde wollte ich eigentlich. Warum ist da Glas drin? Ähm. Und noch mehr Erde und noch mehr und noch mehr und noch mehr und noch mehr. Ich hab' noch mehr und 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 noch mehr. So, und... Och, weg. Ich muss nur ein bisschen, damit ich hier Arbeitsgrundfläche... Gut. So, jetzt hab' ich mir ne Arbeitsgrundfläche geschaffen. So, Arbeitsgrundfläche geschaffen und weiter geht's. Ups. Lehm! Na gut, Lehm. Der gute alte Freund, der Lehm. Ähm... Oh Gott. Noch mehr Leben. Jaaa... Junge, Junge, Junge. Äh, scheiße, scheiße, scheiße. Ey, Junge, so war das nicht gemeint. Psch, 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 psch. Neh. 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 Okay, gut. Nehmen wir den da. Den da, den da, den da, den da. Gut. Neh. 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 den Rest, was geht. Gut, habe ich noch eine Schaufel? Ja, natürlich. Und daraus meine natürlich auch noch Schneewelle hier, hopp, hopp, weil dann der Schnee verschwillt, der sowieso, weil ich weiß, dass wir sowieso den ganzen Schmarrn aufbrauchen. Eeeh, weil er, hopp, ne? So, dann werden wir sowieso den ganzen Platz gebrauchen. Und dann können wir irgendwo lieber noch einen ordentlichen Schnee, so. Gut, jetzt überlege ich gerade, habe ich irgendwie, geht das doch bestimmt schneller mit irgendwas. Ah, wusste ich gar nicht. Okay, gut, wir sollen so ein schöner Dreiecksweg soll hier rein. Machen wir den gerade mal und dann legen wir den am Ende mit, weiß ich noch nicht, Holz, Schnee, äh, Sand. Ja. Ähm, den ich natürlich nicht mitgenommen habe, so schlau wie ich gerade war. Mir fällt doch eher da einfach nur. Ähm, legen wir den dann aus. So, dann hopp, 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 hopp. Und dann legen wir den jetzt mit, ah Gott, nicht so schäbig. Machen wir dann jetzt hier mit Holz. Gut, hopp, 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 komme ich. Daran würde ich kommen will ich jetzt aber gar nicht. So und daher dass wir den da gemacht haben machen wir den dann noch irgendwie hier so hier. Ich weiß gar nicht wie ich anfangs so komisch angefangen habe aber egal. Egal so. Hopp. Ja die Folgen haben mir jetzt beide glaube ich gerade ein bisschen Überlänge gekriegt. Aber ist doch alles halb so falsch daneben 20 Minuten. Eppada. Scheiße. So. Hopp. So. Machen wir nochmal weg hermann. Komm 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 komm. Hopp. Nein nicht vor mir fliehen. Ah. Nein. So. Hopp. Hopp. Der kommt gut an. Den nehme ich direkt so wie er ankommt. So. Hopp. 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 Ich baue jetzt noch eben den Weg und dann beende ich die Folge leider auch schon wieder. Dann ist auch schon wieder irgendwas um die 15-20 Minuten rum. Muss reichen für eine Folge. So. Super. Jetzt wird das Holz auch noch knapp und jetzt sag mal wie schnell die wieder zugefrieren. Das ist ja auch asozial. Und jetzt sollte ich die Wege noch schnell ausleuchten. Komm 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 komm. Bom. Hopp. 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 So. Unsere Insel leuchte ich auch mal gut aus. So. Hier wird so schnell nix spawnen hoffe ich. Aber auf Eis kann man nix setzen. Wusste ich's doch. Gut dass ich das auch nicht als was anderes genommen hab. Und hier guckt... Ähm. Egal. Keine Ahnung wie man Eis macht. Ähm. Das ist ja jetzt... So. Hopp. Gut. Also wir sehen uns dann direkt in der nächsten Folge. Wird eine Actionrechenfolge. Ich weiß es jetzt schon. Gut. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss und euer Kinox.